Cannabis kann die Schwere von Migräne um die Hälfte reduzieren. Mehr dazu im Video. Obwohl der Hype um Medizinalhampf mittlerweile schon richtig Fahrt aufgenommen hat in den letzten drei Jahren, sieht es mit der Forschung leider immer noch mau aus. Und auf der anderen Seite gibt es so viele Schmerzpatienten, Parkinson-Patienten, MS-Patienten, die da wirklich richtig gut von profitieren oder profitieren könnten. In den USA hat eine Forscherin die App Strainprint, verlinke ich gleich nochmal hier, benutzt, um zu schauen, wie sich eben der Gebrauch von Cannabis, von Medizinalhanf, auf die Migränehäufigkeit und auf die Schwere auswirkt. Sowohl Kopfschmerzen als auch Migräne sind bei 9 von 10, die Zahlen sind gerundet, beim einen waren es 90, beim anderen nur 88%, aber so 9 von 10, roundabout, haben davon richtig gut profitiert. Was ist da noch passiert? Die Beschwerden gingen so in etwa um 50% zurück und das ist natürlich eine Menge Holz. Das klingt vielversprechend. Da jetzt die Forscher wissen, dass Frauen auf Cannabinoide bei Schmerzen sehr viel besser ansprechen als Männer, sind sie davon ausgegangen, dass da die Migräne auch dementsprechend weiter zurückgeht als bei Männern. Aber wie das Leben halt so spielt, Männer profitieren tatsächlich mehr vom Cannabis, vielleicht weil wir Frauen nicht so doll leiden wie ihr Männer. Was ja auch herausgefunden hat, ist, dass einfach die Patienten sich nach und nach an das Cannabis gewöhnt haben. Klar hatten die dann auch Spaß, aber nichtsdestotrotz, sie haben höhere Dosen gebraucht als am Anfang, um eben diesen positiven Effekt zu haben, um davon profitieren zu können. Bei den Patienten, die es dann noch weiter genommen hat, ist es mit der Migräne gleich gut geblieben. Also diese 50%ige Reduzierung, was wirklich sehr, sehr gut ist. Bei den Kopfschmerzpatienten ist es Schritt für Schritt wieder etwas schlechter geworden. Also da hat es sich nicht wirklich so bewährt, wie erhofft. Und ganz ehrlich, wenn sich die Leute hier dran gewöhnen auf Kosten der Krankenkasse, dann wird es nicht lange dauern, bis die sagen, naja, dann wird es eben nicht erstattet oder nicht mehr oder überhaupt erst gar nicht erstattet. Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen von den Gegnern von Legalisierung und zumindest einer teilweisen Legalisierung. Aber ich finde immer noch, dass der Patient im Mittelpunkt stehen sollte und nicht die Interessen der Krankenkassen oder der Industrie. Aber ich hoffe doch, dass möglichst viele Patienten einfach die richtige Therapie bekommen. Weiß ich doch nicht, ob das jetzt Cannabis ist, ob das Paracetamol ist, ein Triptan, vielleicht eine Massagesport oder Akupunktur. Whatever. Whatever. Es geht um Patienten. Und wenn es dem hilft und damit er wieder gesund ist oder weniger Beschwerden hat und gleichzeitig auch noch dann Gesundheitskosten reduziert, mein Gott, soll er doch Cannabis nehmen. Wie siehst du das? Schreib mal unten ein paar Kommentare rein. Interessiert mich schon. Also wenn es dem Patienten hilft und wenn er eine leichte Gewöhnung hat, mein Gott, hast du bei den Schmerzmitteln, bei den Opioiden hast du das, hast du bei anderen Mitteln, bei Psychopharmaka und, und, und. Die sind oft teurer und haben ein sehr viel schlechteres Nebenwirkungspotenzial. Also, ballert mal ein paar Kommentare da rein. Am anderen Ende war der Jan. Wer mir ein Abo schenkt, darf Jans mir sagen, zieh die Mundwinkel nach oben. Love, Peace. Bye. 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 Bye.